So, ich würde mal zeigen erstmal wo ich hier bin. Das sind die Königs seiner Berge. Das meiste ist hier Granit, so wie ich gelesen habe. Also einer der härtesten Steine überhaupt. So, hier ist es. Am besten wäre das wenn ich das noch putzen würde. Wenn man das sieht, man merkt einfach wie sauber es verarbeitet ist. Also meiner Meinung nach ist das wirklich sehr rätselhaft. Und jetzt drehe ich mal die Kamera. Das ist ein bisschen schwierig. Ach komm, lassen wir es. Ja, das witzige ist dabei, das ist gedreht praktisch. Wie so eine Gewinne, wie so ein Lauf, so ein Pistolenlauf. Also und dann die saubere Bearbeitung. Es ist natürlich auch verwittert. Das ist wahrscheinlich wirklich sehr alt. Aber das ist mysteriös, finde ich. Und hier der zweite ist auch durchgehend. Aber das Licht ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich will nicht so viel wackeln, aber das ist ein bisschen schwierig. Ich suche das Optimum an Sichtbarkeit. Kann mir einer sagen, das ist ein Siebenzack erstmal. Das sind sieben Stück und die sind abgerundet. Also waren das sieben Bohrer oder hat ein Bohrer siebenmal gebohrt und dann den Kern rausgeholt. Also das macht alles gar keinen Sinn für mich.